Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Heute gibt es mal ausnahmsweise nichts zu essen, denn wir machen uns was zu trinken, und zwar eine Orangen-Zitronenfassbrause. Das Ganze vom Grill, denn beim Grillen muss ja auch getrunken werden und das muss nicht immer Alkohol sein. Deswegen machen wir das heute. Wie das funktioniert und was wir alles brauchen, das seht ihr jetzt in dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wie ihr wisst, die genauen Mengen und das Rezept stehen ausführlich unten in der Videobeschreibung. An Zutaten brauchen wir heute gar nicht viel. Da haben wir hier einmal Orangen und Zitronen. Da haben wir hier einmal Zitronen und Orangen. Da sollte das Verhältnis 50-50 sein. Das heißt, nehmt da 5 Zitronen, nehmt da dann bitte auch 5 Orangen. Dann habe ich hier vorne einmal Zuckerrübensirup. Zucker brauchen wir. Wasser, später eine Karaffe, wo wir das dann einfüllen können. Und hier habe ich noch ein alkoholfreies Hefeweißbier. Ich trinke gerne das. Wenn ihr ein anderes habt, dann nehmt bitte auch dieses, was euch am besten schmeckt. Und da das hier eine schnelle Nummer ist, brauchen wir heute auch gar nicht viel machen. Da nehmen wir uns jeweils einmal die Orangen, halbieren uns die, legen die dann beiseite. Dasselbe werden wir dann mit den Zitronen machen. Nachdem wir dann alle halbiert haben, nehmen wir uns hier so eine Aluschale und den Zucker. Den geben wir dann hier rein. Das nach Möglichkeit so, dass der Boden richtig schön mit dem Zucker benetzt ist, beziehungsweise dass er schön da drin ausliegt. So haben wir das getan, nehmen wir uns dann hier die Orangen- und Zitronenhälften, tunken die einmal so hier rein, dass Zucker auf unserer Orange ist. Dann legen wir die beiseite. Und dasselbe machen wir jetzt auch mit den Zitronen. Und dann mit den restlichen Fruchthälften und dann sehen wir uns wieder. Und wenn wir dann alle durch den Zucker gezogen haben, sollte das so aussehen. Und die können wir uns jetzt schon nehmen und runter an den Grill gehen. Am Grill angekommen, nutzen werden wir heute wieder den Charbroil Professional 3500 aus der Black Edition, weil der ist jetzt am schnellsten im Gang. Es geht natürlich auch auf einem Kugelgrill, auf einem Keramikgrill, das ist eigentlich recht egal. Einregeln müsst ihr euch den so auf rund 150 Grad. Da brauchen wir aber auch direkte Hitze. Jetzt machen wir ihn mal auf. Dann nehmen wir uns hier unsere Zitronen- und Orangenhälften, legen die mit der gezuckerten Seite schön auf den Rost. Und ihr seht, das müllt wie verrückt, weil uns der Zucker natürlich jetzt auch karamellisiert. Und das ist das, was wir machen wollen. Aber ich schließe jetzt mal den Deckel für rund 5 bis 10 Minuten und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Mittlerweile sind die 10 Minuten rum. So schaut das Ganze jetzt aus. So wollen wir es haben, jetzt können wir sie runter nähen. Nachdem wir unsere Hälften jetzt vom Grill runter genommen haben, ziehen wir uns den Handschuh an, denn die sind noch knaller heiß. So schauen sie aus und dann müssen wir die ganze Schoße schön auspressen. Da könnt ihr ruhig Orangen und Zitronen zusammen machen, das ist ganz egal. Wichtig ist auf jeden Fall, zieht euch einen Handschuh an, denn die sind böse heiß. Jetzt ist auch das erledigt. Wir haben alle Hälften ausgepresst. An Millilitern ist das jetzt knapp 600 Milliliter geworden. Das heißt, etwas über einen halben Liter haben wir jetzt mit diesen 10 insgesamt Früchten erreicht. Das werde ich jetzt nehmen, werde das hier nochmal durch so ein Sieb gießen, dass wir so ein bisschen diese groben Stücke, die da drin sind, mit rausbekommen. Das sieht nachher schöner aus, wenn wir das in ein Glas machen. Das meiste, was das jetzt hier ist, ist Fruchtfleisch. Das könnt ihr euch mal angucken, so viel ist das gar nicht. So viel ist das dann, was mit da durchgegangen ist. Das werde ich jetzt beiseite stellen, das werden dann wahrscheinlich gleich drinnen die Kinder essen. Und dann nehmen wir das wieder und füllen das hier zurück in unser Messbecher. Und dann sehen wir, das ist schon viel klarer als eben. Also nicht mehr so stückig. So wollen wir das haben und jetzt geht es weiter. Und jetzt müssen wir uns nur noch hier unseren Zucker und die Schale nehmen. Dazu dann das Bier und den Zuckerrübensirup an den Grill und da sehen wir uns wieder. Am Grill angekommen, nachdem wir eben die Hälften drauf hatten, habe ich den Grill volle Pulle aufgerissen, dass wir hier unsere Roste eben nur noch abbürsten mussten, dass die schön sauber sind. Und was ich schon während des Unboxings gesagt habe, hier ist ja bei dem Grill so der Fall, dass das Zeug nicht unten reintropft, sondern sich hier in diesen Emitterplatten sammelt. Und wenn die auch knaller heiß sind, so wie das jetzt hier der Fall ist, seht ihr, das haben wir hier den Zucker. Und wenn ich den jetzt hier so kratze, ihr seht, das ist nur noch Staub. Ich hoffe, man kann das einigermaßen gut sehen. Das heißt, wenn der Grill nachher kalt ist und wir fertig sind, die Roste geölt haben, nehme ich die runter, dann nehme ich die Emitterplatten raus, bürste die einmal ab und dann sehen die auch wieder aus wie neu. Ich hoffe, man kann das hier so sehen, wie hier so der Restzucker so richtig schön weggebrannt ist. Aber das können wir uns nachher nochmal angucken, wenn die Platten kalt sind. Jetzt im nächsten Gang nehmen wir uns dann hier die Schale mit dem restlichen Zucker. Die stellen wir einfach hier auf den Rost drauf, machen den Deckel zu und dann warten wir, bis das anfängt zu karamellisieren. Ihr seht, mittlerweile wird unser Zucker flüssig und fängt an zu karamellisieren. Und da der Grad zwischen karamellisieren und verbrennen ganz klein ist, fangen wir jetzt schon mal an, das Ganze so ein bisschen zu verrühren hier. Dass wir den Zucker dann einigermaßen hier so verteilt haben. Ihr seht, das klappt ganz gut. Das reicht dann auch. Jetzt werden wir unser Bier nehmen, werden das Ganze ablöschen. Wichtig ist dabei, rühren. Und weiter. So, dass wir alles drin haben. Dann rühren wir das, lassen es nochmal heiß werden, dass der Zucker, der natürlich jetzt wieder knüppelhart geworden ist, nochmal flüssig wird. Das kann aber ein paar Minütchen dauern, deswegen machen wir jetzt nochmal den Deckel zu und warten, bis es köchelt. Dann hat sich der Zucker in dem Bier auch schon wieder aufgelöst. Jetzt geben wir unseren Zuckerrübensirup dazu. Dazu habe ich die Schale mal ein bisschen gedreht. Dann werden wir auch das wieder schön miteinander verrühren. Dass sich das alles schön miteinander verbindet. Dann mache ich jetzt den Deckel nochmal zu, gebe dem nochmal ein paar Sekündchen. Und dann werden wir gleich unsere Mischung aus Zitronen und Orangen noch dazugeben. Dann geben wir den Saft aus Orangen und Zitronen wieder dazu. Oder was heißt wieder? Den geben wir dazu. Dann werden wir das auch nochmal kurz verrühren, dass das Verhältnis gleich ist. Dann lassen wir das Ganze einmal kurz aufköcheln. Und dann sehen wir uns oben am Tisch wieder. Hier haben wir stehen unseren fast brausen Grundstock, sage ich mal. Der muss allerdings jetzt abkühlen. Die Zeit, die müssen wir uns auch nehmen. Aber für euch ist das einfach nur ein Zähnenwechsel. Und in der Zeit jetzt oben die Limonade abkühlt. Beziehungsweise unser Grundstock können wir hier nochmal in den Grill gucken. Weil der ist mittlerweile kalt. Wie diese E-Mitter-Platten dann nach dem Benutzen aussehen. Und wie man dann hier sehen kann, haben wir hier unseren ganzen Zuckergrutz liegen. Der jetzt richtig schön angebrannt ist. Und da haben wir ja hier dieses Tool bei dem Grill dabei. Und dann brauchen wir nur hier so drüber ziehen. Dann können wir sie rausnehmen. Und den ganzen Dreck, den wir dann so hier drin haben, wegschütten. Und wenn wir dann hier so einen Grill reinschauen, da ist also kaum was drin, außer so ein paar Krümel. Hier haben wir dann unsere gereinigten E-Mitter-Platten. Und ihr seht, klar, Benutzungsspuren sind dran oder Gebrauchsspuren. Das bleibt nicht aus, aber die sind ganz einfach zu reinigen. Auch hier die Löcher, wie die meisten mal geschrieben haben in den Videos, die setzen sich zu. Das habe ich bisher noch nicht gehabt. Kann auch, glaube ich, gar nicht passieren, weil so viel Fett sammelt sich hier in den Stegen meistens auch gar nicht, weil es meistens gleich verbrennt. Ja, dann können wir die auch gleich wieder einsetzen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen die Frage damit beantworten, wie die Reinigung von dem Grill ist. Gerade mit diesen E-Mitter-Platten. Und ihr habt gesehen, das ist ganz easy. Wenn ihr fertig seid, dreht dann auf volle Pulle, macht die Roste sauber, wartet, bis die freigebrannt sind. Dann nehmt ihr sie raus, wartet oder lasst sie abkühlen, nehmt sie raus. Dann macht euch die E-Mitter-Platten sauber, geht mit dem Werkzeug spielend leicht. Ich habe bisher noch keine Probleme damit gehabt. Auch nicht, dass ich die Löcher zusetzen, so wie viele mal geschrieben haben. Und Fettbrand hatte ich auch nicht. Das sollen diese Platten ja verhindern, weil unser Fett gar nicht erst unten an die Flamme drankommt, sondern alles sich in diesen E-Mitter-Platten sammelt. Wir hatten jetzt Bauchfleisch, auch da ist nichts passiert. Aber das soll es jetzt auch zum Grill gewesen sein. Ich denke mal, unsere Fassbrause oben, die wird jetzt kalt sein. Da gehen wir hin und machen da weiter. Inzwischen ist unser Grundstock dann auch schön abgekühlt. Und den müsst ihr euch jetzt nur nehmen und hier in so Flaschen bzw. in so eine Karaffe füllen. Das ist jetzt gesamt ein Liter geworden. Der reicht ungefähr für vier Liter, sage ich mal, fertiges Getränk. Wir werden uns jetzt aber hiervon was nehmen. Dann hier in so die Karaffe reinfüllen. Ich mache da mal so knapp 200 Milliliter rein. Das könnte natürlich so variieren, wie ihr das haben möchtet. Macht er davon mehr, ist es natürlich ein bisschen süßer und auch kräftiger im Zitronen- und Orangenenschmack. Mögt er das ein bisschen weniger, dann passt er euch das natürlich so an, wie ihr das haben müsst. Aber ein bisschen was können wir hier mal reinmachen. Dann nehmen wir uns hier unser Mineralwasser. Da könnt ihr natürlich richtig Sprudendes nehmen. Ihr könnt welches nehmen, was nur Medium ist. Es geht aber auch Leitungswasser, stilles Wasser. Das macht er dann natürlich auch so, wie ihr das haben möchtet. So, dann warten wir mal, bis der Schaum weg ist, füllen das fertig auf und dann können wir endlich probieren. Auch das ist erledigt. Jetzt habe ich hier so ein paar Eiswürfel, die geben wir in so ein Glas rein. Ups. Dann nehmen wir uns hier unsere fertige Fassbrause und füllen das auf. Hier ist das fertige Glas. Ich sage dann mal zum Wohl. Also ich kann euch sagen, das ist geschmacklich einfach nur der Oberhammer. Diese Kombo aus unseren gegrillten Früchten mit dem karamellisierten Zucker, dem Bier, dem Ahornsirup, hätte ich jetzt bald gesagt. Zuckerrübensirup ist einfach nur mega mäßig. Schmeckt wirklich wie Fassbrause. Wer Fassbrause kennt, sie schon mal im Laden gekauft hat und kennt dann diese malzige, bierige Note. Die haben wir hier auch erreicht, durch das wir halt das Ganze mit alkoholfreiem Bier aufgeköchelt haben. Und dann halt auch durch den Zuckerrübensirup. Und die Kombo orange Zitrone ist auch geil. Einfach nur der Oberhammer. Also wenn ihr eine Grillparty macht und wollt man richtig geiles, alkoholfreies Getränk auf den Tisch stellen. Ich denke mal, das ist auch mischbar mit anderen Sachen. Das müsst ihr dann ausprobieren. Aber da ist eure Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Oder eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber macht das nach und lasst mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Da wären wir dann auch schon wieder durch. Das Ganze hält sich so aufgeschüttet, sage ich mal, zwei, drei Tage im Kühlschrank. Könnt ihr das dann, na, also solltet ihr nach zwei, drei Tagen verbraucht haben. Dasselbe ist mit dem Sirup. Ich denke mal auch so zwei, drei Tage. Man sollte da den verarbeitet haben. Aber wie gesagt, bei einer Grillparty und generell so gut, wie das schmeckt, hält das gar nicht so lange. Ich sehe das gleiche bei den Kindern. Das wird morgen alle sein. Also macht euch da mal keine Sorgen. Dann lebt das Ganze auch von Variationen. Das heißt, ihr könnt variieren, was das Zeug hält. Ihr könnt jetzt nur Zitrone, Limette nehmen. Ihr könnt, so wie ich jetzt, orange Zitrone, orange Limette. Ihr könnt andere Sachen nehmen. Ananas, egal was. Holunderbeeren. Probiert einfach aus. Das ist jedes Mal genial. Ja, so, dann will ich auch gar nicht länger rumsabbeln. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Dann auch über einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt ihr das Ganze hier oben irgendwo nachholen. Da ploppt mein Logo auf. Aktiviert dann auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Schreibt auch in die Kommentare mal rein, ob ihr sowas kanntet, beziehungsweise sowas schon mal gemacht habt. Wenn ja, in was für Versionen. Vielleicht können wir da ja auch nochmal ein Video rausmachen. Und dann sage ich, wie immer, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.